Hi Leute! Ja, das ist ein ganz kleiner Vogel, der noch ganz nackig ist. Den wir im Moment auffuttern, äh auffuttern, auffüttern, ähm, aufzüchten, damit er wieder, damit er ganz groß wird und er hat noch gar keine Haare und... Und dann kriegt er halt so eine bestimmte Aufzuchtsmilch, die wohl Vögel das irgendwie braucht, also... Der ist wohl aus dem Nest gefallen und ja, wir füttern den halt so lange, bis der halt selbst füttern kann und bis er die Augen geöffnet hat. Der ist super süß und ja, ich wollte euch den nochmal kurz zeigen und ja... Ähm, genau. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!